recht herzlich willkommen zur 113 folge von tauntz da war falsch hier müssen wir weiterspielen so letztes mal hatten wir noch geguckt wie das mit dem essen ist da hatten wir irgendwelche defizite und ja der defizit ist jetzt die frage wo liegen die machen wir nochmal hier auf gucken da noch mal rein also hier sind acht kornbündel 7 8 hier sind 8 mehlsäcke also das ist eigentlich nicht das große problem oder 8 und 7 und sonst ist er vorhanden 6 und 8 und 8 so aber hier da passiert nix haben wir das auch vielleicht woanders für das brotbacken wie ist denn hier das brotbacken so natürlich auch gebacken werden kommen händler so weiter laufen noch mal zwei von und dann ist da Eier weiß ich gar nicht. Ne, das war falsch. Hier wollte ich hin. Ah, das ist überall mit zwei angegeben. Jetzt ist der Händler wohl da. Spiel ist in Pause. Bananen und nochmal Bananen. Oh, Pork, Egg & Egg. Ja, gucken wir uns gerade den Händler an. Der bringt Rüstung. Oh, der hat hier ganz schicke Hemden dabei gehabt, ne? Wahrscheinlich Top Defense. Dieses hier wäre ganz nett, ne? Und das auch. Das ist auch noch ganz okay. Das ist top. Ja. Okay, da ist dann nix mehr. Was möchte er denn haben? Diese schicke Maske kann er auf jeden Fall haben. Das Schwert kann er auch haben. Die brauche auch keiner. Nehmt das ruhig mit alles. Jetzt können wir alles... So, da haben wir noch ein Schwert. Das kann er alles mitnehmen. Die Rüstung vielleicht nicht. Den Helm auch nicht. Die Rohrenrasen kann er mit haben. Die behalten wir. Den kann er haben. Den kann er auch haben. Weg. Schwer weg. Den können wir auch schnell nachbauen, ne? Weg. Verhalten. Weg. 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 So, das war einer zu viel. Dann will da kein Handeln mehr machen, ne? Okay, dann machen wir das so. Und lassen die Klamotten kommen. Und weiter geht's. Oh, da habe ich jetzt die Pause rausgenommen. Äh, ich habe sie fast genommen. Knall reingemacht, so. Nicht rausgenommen. Ah, passt schon. So, dann kriegt er ganz viele Klamotten. Und wir haben Top-Händen hier liegen. Das sind zwar nicht viele, aber sind ein paar, ne? Ich hole das meiste Licht hier, dass wir das da wegholen. Gut, was macht unser Dach? Jetzt sehen wir mal so unser Obergeschoss. Oh. Zweier sind gekommen. Hm. Autorekript, Autorekript, würde ich mal sagen. Und dann? Tja. 113. Erntehelfer. Und Träger. Ich würde jetzt einen zum Erntehelfer machen. Und einen zum Essen. Schau mal, ne? Hier muss gebaut werden, das ist auch klar. Da kommt auch einer schon mit dem Stein laufen. Wir können den Takten schneller machen, ne? Okay. Die sind da alle Zuganger. Wir bauen hier auf. Na, Rainer ist einer. Bergmann, okay. Ja, ich bin jetzt echt an überlegen, was wir da machen, dass das da mit der Nahrung besser wird, ne? Immer noch ein Brot. Ja, jetzt ist kein Mehl da. Aber sieben wenigstens. Ich glaube, wir machen da noch Treppenhügel, ne? Die war hier und da. Die war hier und da. Bergzeug, ne? Da ist er. Lass mal da noch eine Treppenhülle hinbauen. Kommt noch nicht. Was wird denn dafür gebraucht? Stein, Stein und Holz. Also immer einmal Stein mehr, ne? So, Essen war klar. Lass immer so. Der Händler ist noch da. Okay, hab ich jetzt fast gedacht. Er kriegt seine Sachen auf jeden Fall auch. Noch einiges. Spannend, wann er es kriegt. Sitsche. Oh. Es sind ein paar mehr, ne? Aber sollte auch nicht das Problem werden. Hier ernten welche. Komm, bleiben wir dabei und gucken zu, wenn die loslaufen. Die Spinnen und Gelees. Jetzt geht's los. Okay. Der steht da rum. Das ist ja jetzt nicht ideal, oder? Ein bisschen viele da. Ja. Ob die das schafft? Ah, da kommt ein Held zur Hilfe. Und da läuft der Held weg. Na super. Aber Unterstützung ist da. Hat alles geklappt. Gut. Wer weiß, wo die anderen nur alle rumlaufen. Aber die werden auch geschlagen werden. So. Ja. Okay. Oh, hier haben wir noch eine Reihe umgegraben. Aber gar nichts angepflanzt. Das müssten wir gleich nochmal machen, ne? Doch, das war schon richtig. Was sind wir da hinpflanzen? Diese Bäume hier? Ja. Ja. Wir haben ein Pintree, ne? Vielleicht machen wir hier mehr von den Pintree Seedlings. Die haben wir ja da auch, ne? Also, was die dann mal hinpflanzen. Da unten war das nicht. Getreide ist nicht das Problem. Rütt. Da müssen wir mal reingucken, dass das alles fertig wird, ne? Wie ist denn die Happiness mittlerweile? 68 von 80. Okay. Dann gehen wir hier mal weg. Da hin, da hin, dorthin. Weil da zum Beispiel, da fehlt's an einem Stein. So, die anderen Sachen sind aber, glaube alle. Okay. Hier könnte vielleicht noch einer fehlen. Ja, sieht's glaube so aus, als ob noch gebaut werden muss. Ja. Was machen die jetzt, ne? Die Bäume sind ja schon gepflanzt. Das ist tatsächlich gerade fertig. Krass. Komm, wieder ein Stein. Okay. Ja. Wenn hier weiter geht, war auch nicht schlecht, ne? Aber, naja. Wird überall woanders gerade angebaut. Wollen wir schauen. Muss er fertig werden. Da haben wir auch einer. Hm. Der kommt da oben nicht mal runter, oder was? Dann sollten wir mal ganz schnell... Ach so, ne. Bau den ein. Aber der könnte doch hier hinten lang wahrscheinlich, oder? Vielleicht auch nicht. Da kommt der Scarfold. Und dann kann er runter. Nicht verhungert. Glück gehabt. Ah, hier ist einer hingekommen. Dann wird die Steinreihe da auch fertig. Dann kommen wieder neue Steine. Gut. Gut. Der muss runter können. Der auch. Gut. Der schläft da oben auf, oder was? Gesund steht da. Gut. Hier ist auch einer zugekommen. Jetzt müssen wir hier nochmal überlegen, wie die Treppe wird, ne? Also, wir können dort noch einen Stein drauf fahren, ne? Ja. Wenn der Stein da drauf ist, dann können wir... Wir treten mal woanders. Treppen sind da. Dann können wir da eine Schräge hochbauen. Die kann irgendwie so aussieht, zum Beispiel, ne? Äh, es dreht sich und bewegt sich grad nix. Wieder ein Angriff. Nix Schlimmes weiter laufen lassen. Warte mal. Zwei, vier, sechs, sieben. Okay. Fünf haben wir. Das dauert noch was. Und... Die Holzklötze werden da gebaut. Da kommt eine Tür. Ja, sieht da super aus, oder? Komm, wir machen mal erst noch ein paar Steine dahin. So. So. Ja, zwei, ne? Zweite Reihe. Dritte Reihe, Dach. Genau. Passt. Der sechste Held ist gekommen. Einen Platz haben wir noch, den frei, ne? 72 Punkte da. Wie sieht das hier aus? So, mit Essen und so. 7 und 8. Und zwei Brote. So. 14 Äpfel. Was zu essen gibt es hier auch. Ja. Noch ein Stein. Wo kommt der hin? Da oben. Okay. Da können wir dann jetzt die Treppe anbauen. Das war da. 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 Okay. Dann geht's da hoch. Dann würde ich sagen, geht hier auch noch ein Stein hin. Und dann geht die Treppe da weiter hoch. Und da das der Absatz dann da ist, müssen wir da zu machen, ne? Ja. Hm. Da kommen gerade Schränke und sowas. Noch Steine. Gut. Ist da nochmal runtergekommen, die Person. Da ist jetzt noch einer hingekommen. Müssten diesen Steine haben auch, ne? Haben wir gar nicht gesetzt, oder doch? Hm. Das sieht jetzt gerade so ein bisschen komisch aus, da. Warte mal. Warte mal, da darf keiner hin. Dann. Dann nimm das nochmal weg. Hm. So. So. Aber. Der. Ne. Der da. Und der da, der ist auch nicht richtig. Keine Ahnung, wo der da hingekommen ist. Oder warum der da hingekommen ist. Okay. Und dann. Äh. Ja. Da ist hier noch eine Wand vorher, ne? Könnte der mal bitte jetzt funktionieren hier? Ja. Das könnte werden, ne? Okay. So. Dann muss da eine kleine Reihe drauf. So. Und. Und dort. Kann auch einer hin. Weil da muss ja wieder ein Stein drauf, ne? Genau. Und. Im Endeffekt kann da auch einer hin. So. So. Und dann. Muss da noch eine hin. So. Machen wir mal. Weiß man nicht. Ob das geht. Weil da kommt er vielleicht nicht dran. An der einen Stelle, ne? Könnte sein, ne? Doch. Ging. Interessant. So. Dann. Würde ich sagen. Kommen da noch zwei Steine hin. Und da kommen noch drei hin. Dann. Kommen wir das Treppenhaus zu. Und dann brauchen wir natürlich wieder die Stiege. Und die kommt dort hin. Gut. Und dann brauchen wir wieder eine Wand. Die sich hier drauf befindet, ne? Passt. So. Oh. Wieder zwei dazu. Krass. Kommen sie aber. Mit Macht. Okay. Und dann. Muss ich jetzt überlegen. Wie geht es da weiter? Warte mal. Das ist die unterste Ebene. Und da gehen wir schon eine hoch. Das ist die zweite Ebene. Dann ist das hier schon der Boden, oder? In der nächsten Etage. Dritte. Und. Zweite. Dritte. Und dann würde das bedeuten, wir bauen da mal Stiege hin. Da war das. So. Dann kommen die bis dahin drauf gelaufen, ne? Zurück. Wand bauen, wand bauen. Ja. Hat gut geklappt. Wieder mit der Auswahl hier. Nämlich gar nicht. So. Die Treppe ist auch fertig geworden. So. Passt's. Treppenhaus fertig gebaut. Gut. Geht auch schon einer hoch. Jetzt den ersten Stein dahin. Wow. Die sind aber flott. Da ist schon fertig. Okay. Machen wir so zu. Da ist irgendwie noch was am fehlen. Auch gut. Da drauf. Und. Machen wir bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Und da fehlt einer. Hören wir alles zu hier. Wunderbar. Läuft. Gut. Aber. Wir. Müssen. Für die Folge. Gut sein lassen. Weil. Schon fortgeschritten. Und. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.